Hallo zusammen, willkommen bei der Heineken Schweiz. Ich nehme euch einen Tag mit als KV Lehrling. Wenn ihr euch für den KV Lehrling bei der Heineken Switzerland entscheiden könnt ihr 6 Abteilungen besichtigen. Zum einen unser Einkauf. Hier pflegen wir Lieferantenkontakt und büromaterial bestellen. Bei unserer nächsten Abteilung im Channel Marketing Werbung für Gastgewerbe erstellen, Bierkarte machen und Offerte erstellen. Bei unserer nächsten Abteilung bei Debituren Kundenkontakt mit Rechnungen und Gutschichten handhaben, uns auf Zahlungsvorgänge einigen und Kreditlimiten festlegen. Das sind wir in der Marketingabteilung und das ist ein grosser Teil eurer Aufgaben bei Sponsoring-Projekten und Anfragen, die den Kunden dazu beantworten. Das sind wir im HR und das sind die Aufgaben der Lernenden, Unternehmens-Events zu organisieren und alles was unseren Mitarbeitern eine Freude macht, wie Geburtstag aus Hartli, den Jubiläum und so weiter. Danke. 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 Danke.